Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Anwendung der Binomialverteilung. Wir werden uns hier anschauen, wie wir mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsfunktionen der Binomialverteilung ganz konkret Wahrscheinlichkeiten ausrechnen können, nämlich in solchen Situationen, wo derselbe Zufallsvorgang einmal wiederholt wird und das Eintreten eines bestimmten Erfolgsereignisses beobachtet wird. Als Beispiel verwenden wir da die Single-Choice-Klausur. Wir stellen uns vor, wir haben eine Klausur, die besteht aus zehn Single-Choice-Fragen und bei jeder Frage gibt es fünf Antwortmöglichkeiten, von denen jeweils genau eine richtig ist. Wenn wir einen komplett unvorbereiteten Studierenden haben, der also raten muss bei der Klausur, hat er trotzdem eine Wahrscheinlichkeit von ein Fünftel, jede dieser zehn Fragen richtig zu lösen. Also, die Erfolgswahrscheinlichkeit hier ist ein Fünftel oder 20 Prozent und wir haben n gleich zehn Fragen, die beantwortet werden müssen und die Zufallsvariable x, die Anzahl der richtig beantworteten Fragen, ist dann binomial verteilt mit Parameter 10 und Anzahlwiederholung 10 und Erfolgswahrscheinlichkeit 0,2. Die Fragen, die wir damit beantworten sollen, sind jetzt zweierlei. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Student die Klausur besteht, falls zum Bestehen mindestens fünf Fragen richtig beantwortet werden müssen? Also, die Wahrscheinlichkeit p von x größer gleich 5, wie groß ist die? Oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit bei mindestens sechs Fragen, wenn wir also hier die bestehendsten Schwelle von mindestens fünf Richtige auf mindestens sechs Richtige anheben? Dafür schauen wir uns einmal an, wie diese Wahrscheinlichkeitsverteilung aussieht. Also, x, die Anzahl der richtigen Teilantworten, ist binomial verteilt mit 10 und 0,2 und die möglichen Ausgänge für die Zufallsvariable x sind jetzt also 0 Erfolge, also keine einzige Frage richtig geraten, eine richtig geraten, zwei, drei und so weiter, bis rauf zu alle zehn Fragen richtig geraten. Und auf der y-Achse sind dafür die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten abgetragen und dann sehen wir, es ist am wahrscheinlichsten, dass der so um die zwei Fragen richtig beantwortet, was nicht ganz überraschend ist, weil das werde ich im Schnitt genau erwarten. Der Erwartungswert ist 10 mal 0,2 gleich zwei richtige Antworten, aber drumherum habe ich eben eine gewisse Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und die entsteht genau durch die Binomialverteilung und wie man auf diese Balken hier in der Darstellung kommt, rechnen wir uns gleich auch nochmal aus. Ich möchte hier nur schon mal hinmalen, das, was uns interessiert, ist eben die Wahrscheinlichkeit, zumindest fünf oder sechs oder sieben und so weiter richtige Antworten zu bekommen. Also diese Höhen der Balken müssen wir aufsummieren, wobei ab spätestens acht richtigen Antworten die Wahrscheinlichkeit verschwindend gering ist. Das kann ich also in dieser Darstellung hier schon kaum noch sehen. Und bei sechs wäre die Wahrscheinlichkeit dann entsprechend geringer als Bestehensgrenze. Rechnen wir uns das Ganze einmal aus. Wir wollen also berechnen zunächst mal die Wahrscheinlichkeit für keine richtige Antwort, für eine richtige Antwort, zwei richtige Antworten und so weiter, um eben dieses Balkendiagramm aus der vorigen Grafik nachzurechnen. Dafür setzen wir jetzt also ein in unsere allgemeine Wahrscheinlichkeitsfunktion von der Binomialverteilung, wie sah die nochmal aus? Das war also Anzahl Versuche über Anzahl Erfolge, das war der sogenannte Binomialkoeffizient, multipliziert mit Erfolgswahrscheinlichkeit hoch Anzahl Erfolge mal Misserfolgswahrscheinlichkeit hoch Anzahl Misserfolge. Das heißt, wenn also von meinen zehn Versuchen keiner ein Erfolg sein soll, null Erfolge, dann haben wir dafür zehn über null Möglichkeiten, das zu machen. Und jede dieser Möglichkeiten hat die Wahrscheinlichkeit 0,2 hoch 0 mal 0,8 hoch 10 einzutreten. Das Schwierigste dabei ist zu Anfang mal diese Berechnung des Binomialkoeffizienten, 10 über 0, wie war das definiert? Das sind also 10! dividiert durch 0! mal 10! Ich teile das also auf in 0 und 10 minus 0, gleich 10. Und die 10! sind also 10 mal 9 mal 8 und so weiter bis zu 1 runter. 0! bis als 1 definiert und die 10! sind also wieder 10 mal 9 mal 8 und so weiter bis runter zu 1. Und das kann ich hier alles gegeneinander kürzen, das fällt also genau alles gegeneinander weg. Und dann haben wir da stehen 1 dividiert durch 1, gleich 1. Hätten wir in dem konkreten Fall auch gar nicht rechnen müssen. Es gibt also genau eine Möglichkeit, 0 Erfolge auf 10 Versuche anzusortieren. Nämlich, dass jeder Versuch, jede angekreuzte Frage muss falsch sein. Und tragen wir das also hier ein. Es gibt also 10 über 0, gibt 1. 0,2 hoch 0 ist auch 1, bleibt nur übrig 0,8 hoch 10. Also 0,8 mal 0,8 mal 0,8 und so weiter eben 10 mal aufmultipliziert und das ergibt eine Wahrscheinlichkeit von etwa 10,74%. Das heißt also, von den komplett ratenden Studierenden in dieser Klausur werden etwa 11% keine einzige Frage richtig beantworten. Dann schauen wir uns an, wie viele werden von denen denn zumindest eine Frage oder genau eine Frage, sollte ich sagen, genau eine Frage richtig beantworten. Auch hier setzen wir wieder ein, Anzahl Versuche über Anzahl Erfolge mal Erfolgswahrscheinlichkeit hoch Anzahl Erfolge mal Misserfolgswahrscheinlichkeit hoch Anzahl Misserfolge. Und jetzt haben wir eben einen Erfolg und 9 Misserfolge. Eine richtige angekreuzte Antwort und 9 falsche. Schauen wir uns dann also wieder zuerst den Binomialkoeffizienten an. Das ist also 10! dividiert durch 1! mal 9! Also oben steht wieder das n! und unten steht das Produkt von der entsprechenden Aufteilung in 1 und 9! Dafür setzen wir wieder ein. 10! ist 10 mal 9 mal 8 mal 7 und so weiter. 1! ist 1 und 9! ist 9 mal 8 mal 7 und so weiter. Und dann sehen wir, die hier, die können wir alle gegeneinander kürzen. Das fällt alles weg und dann bleibt übrig 10 dividiert durch 1 gleich 10. Es gibt also 10 Möglichkeiten, einen Erfolg auf 10 Versuche anzusortieren. Nämlich entweder mache ich schon die erste Frage richtig und dann die anderen 9 falsch oder ich mache die erste falsch, die zweite richtig und dann die restlichen 8 falsch und so weiter und so fort. Es gibt also genau 10 Varianten, wie ich zu dieser einen richtigen Teilantwort kommen kann. Setzen wir das auch alles ein, dann haben wir da stehen 10 mal 0,2 mal 0,8 hoch 9 und das ergibt dann eine Wahrscheinlichkeit von etwa 26,8%. Wenn ich also eine Klausur habe, wo ich so komplett ratende Studierenden habe, die da antreten, dann wird etwas mehr als ein Viertel dieser ratenden Studierenden genau eine Frage richtig beantworten. Okay, und dasselbe können wir dann auch weitermachen für x gleich 2. Das tue ich hier noch einmal vor. Da habe ich also 10 über 2 mal 0,2 hoch 2 mal 0,8 hoch 8. Wieder Versuche, Erfolge, Erfolgswahrscheinlichkeit, Hochanzahl Erfolge, Misserfolgswahrscheinlichkeit, Hochanzahl Misserfolge. Rechnen wir uns die 10 über 2 nochmal schnell aus. Wieder 10! dividiert durch 2! mal 8! Dann haben wir 10 mal 9 mal 8 mal 7 und so weiter. Dividiert durch 2 mal 1 mal 8 mal 7 und so weiter. Das hier hinten kann ich also wieder alles wegkürzen. Das fällt weg. Dann habe ich hier oben stehen, 10 mal 9 ist 90, dividiert durch 2 mal 1 ist 2. Dann haben wir 90 dividiert durch 2 ist gleich 45. Gibt also 45 Kombinationsmöglichkeiten, wie ich die zwei richtig beantworteten Fragen auf die 10 angekreuzten Fragen aufteilen kann. Das heißt, wir müssen also hier rechnen 45 mal 0,2 hoch 2 mal 0,8 hoch 8 und das ergibt eine Wahrscheinlichkeit von rund 30%. Und so weiter und so fort könnte ich das für alle übrigen möglichen Ausgänge auch machen. Ich wechsle hier noch einmal in mein R rüber, um zu zeigen, wie man das dort berechnen kann. Da gibt es die Funktion D-Binom für die Dichte der Binomialverteilung oder die Wahrscheinlichkeitsfunktion. Und dann setze ich hier ein für eine Anzahlversuche von 10 und eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 1 Fünftel. Und da kommt genau das heraus, was wir vorher auch ausgerechnet haben, beziehungsweise für 1 und so weiter. Und dann kann ich das Ganze auch für 0 bis 10 einsetzen und kann mir alle Wahrscheinlichkeiten hier ausrechnen. Und kann dann von denen beispielsweise auch ein Barplot machen und habe genau das Balkendiagramm, was wir dann vorher auch in den Folien gesehen haben. Wechsle also wieder zurück. Was wollten wir denn jetzt eigentlich ausrechnen? Wir wollten wissen, was ist die Wahrscheinlichkeit, zumindest 5 richtige Antworten zu haben. Naja, da müssen wir also die Wahrscheinlichkeiten für 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10 richtige Antworten ausrechnen und die alle aufsummieren. Und wenn wir das machen, kommen wir auf etwa 3,3%. Das heißt also, obwohl diese Studierenden komplett unvorbereitet sind und nur raten, würden trotzdem 3,3% der Studierenden die Klausur richtig bestehen. Also bestehen würden, also diese mindestens 5 Teilfragen richtig beantworten. Und da können wir uns auch leicht vorstellen, dass wenn die Studierenden vielleicht nicht komplett unvorbereitet sind, aber ein oder zwei Fragen recht sicher beantworten können, dass sich dann diese Wahrscheinlichkeit auch schnell noch erhöhen kann. Und deshalb trifft man also häufig Vorkehrungen in den Klausuren, dass das nicht so leicht passiert. Eine Möglichkeit ist, die Bestehensgrenze von 50% richtige Lösungen auf 60% richtige Lösungen beispielsweise anzuheben. Das heißt also hier mindestens 6 richtige Antworten zu bekommen. Und dann würde ich also diesen ersten Summanden aus der Summe hier herauslassen oder den hinterher wieder abziehen. Und dann habe ich nur noch 0,64% Wahrscheinlichkeit durch völliges Raten, diese Klausur richtig oder positiv zu absolvieren. Und das wäre dann eine entsprechend geringe Wahrscheinlichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, die Anzahl Fragen zu erhöhen oder die nächste Möglichkeit wäre, negative Punkte für falsche Teilantworten zu vergeben. Schauen wir uns gleich einmal an, wie sich das auswirkt. Vorher wechsle ich noch zurück auf mein R und zeige, wie man die Wahrscheinlichkeit dort berechnen kann. Also die Wahrscheinlichkeit für 5 bis 10 konnte man so ausrechnen und kann die dann auch in R aufsummieren mit dem Summe-Befehl. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre statt der Dichte der Binomialverteilung die Verteilungsfunktion, die Probabilities, P-Binom zu berechnen. Und das berechnet ja immer die Wahrscheinlichkeit links davon zunächst. Da würde ich also P-Binom von 4 rechnen. Das ist die Wahrscheinlichkeit, höchstens 4 Richtige zu bekommen. Und 1- würde mir dann die Wahrscheinlichkeit für zumindest 5 Richtige geben. Das sind dann diese 3,3%. Kann ich in R auch machen, indem ich sage, ich möchte Lower Tail gleich False ausrechnen. Möchte nicht den unteren Rand, sondern den oberen Rand der Verteilung ausrechnen. Bekomme da dieselbe Lösung heraus. Und wenn ich sage, ich brauche mehr als 5 Richtige, komme ich auf die 0,6%. Gut, dann hatte ich angesprochen, es gibt noch eine weitere Variante, wie man mit den falschen Aufgaben umgehen kann. Nämlich, indem man Negativpunkte vergibt. Das schauen wir uns gleich noch an. Und vorher schauen wir uns an, was passiert denn mit einem relativ gut vorbereiteten Student, der die gleiche Klausur beantwortet und jede der Fragen mit Wahrscheinlichkeit 80% richtig beantworten kann. Was passiert mit dem, wenn er mindestens 5 oder wenn er mindestens 6 Fragen richtig beantworten muss? Kann ich im Prinzip das gleiche Spiel machen? x, die Anzahl der richtigen Teilantworten, ist wieder binomial verteilt mit 10 Versuchen. Und Erfolgswahrscheinlichkeit jetzt 80%, nicht 20%. Und dann ergibt sich eine solche Wahrscheinlichkeitsverteilung. Die ist nebenbei gesagt genau die Spiegelung von der Verteilung, die wir vorher für 20% Erfolgswahrscheinlichkeit hatten. Und jetzt interessiert uns hier die Wahrscheinlichkeit, dass der mindestens 5 bzw. mindestens 6 richtige Fragen hat. Und auch das kann ich dann genau wie vorher ausrechnen, muss jetzt eben mit dem geänderten Erfolgswahrscheinlichkeitsparameter rechnen und mir die Wahrscheinlichkeit für 5 und 6 und 7 und 8 usw. ausrechnen und komme dann drauf, bei der Bestehensgrenze von mindestens 5 richtigen Antworten hätte der eine Wahrscheinlichkeit von fast 100% die Klausur positiv zu absolvieren. Und bei der Bestehensgrenze von 60% sind es immer noch fast 97%, also eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit mit guten Vorbereitungen die Klausur positiv zu absolvieren. Nun also die Variante der Klausur, wo wir noch anschauen, was passiert denn, wenn wir Minuspunkte vergeben. Wir betrachten also wieder diese beiden Studierenden, den Ratenden mit Pi gleich 0,2 und den gut Vorbereiteten mit Pi gleich 0,8. Und wir sollen jetzt berechnen, die erwartete Anzahl richtiger Antworten, naja, wenn ich 10 mal probieren darf, 10 Fragen habe, habe ich also im einen Fall 2 richtige Antworten und im anderen Fall 8 richtige Antworten, die ich im Schnitt erwarte. Einfach n mal Pi ist der Erwartungswert. Und die Frage ist, was passiert jetzt aber mit der erwarteten Anzahl von Punkten, wenn jede richtige Antwort 4 Punkte gibt und jede falsche 1 Minuspunkt und alle Fragen beantwortet werden müssen. Ja, dann gibt es insgesamt 40 Punkte und wo liege ich dann mit meinen Punkten. Schreiben wir uns das einmal sauber hin. Also x ist jetzt die Zufallsvariable, die die Anzahl der richtigen Teilantworten zählt und die ist binomial verteilt mit 10 und Pi, entweder Pi gleich 0,2 oder Pi gleich 0,8. Und danach interessiert mich dann die Transformation dieser Zufallsvariable in y, wo ich sage, für die richtigen Teilantworten, die ich in x gezählt habe, bekomme ich jeweils 4 Punkte und für die falschen, das sind dann die übrigen, 10 minus x, bekomme ich einen Minuspunkt. Und das ist dann die Anzahl meiner erreichten Punkte. Und aufgrund der Linearität des Erwartungswerts gilt, dass der Erwartungswert von y auch ausgerechnet werden kann als 4 mal der Erwartungswert von x minus 1 mal 10 minus der Erwartungswert von x. Und für den gut vorbereiteten Studierenden, Entschuldigung, für den ratenden Studierenden gilt, der Erwartungswert ist 2, der wird im Schnitt 2 von 10 Fragen richtig lösen und die erwartete Anzahl Punkte ist dann 4 mal 2 minus 10 minus 2, das ist 8 minus 8 und dann kommt genau 0 raus. Also die Punkte sind genau so vergeben worden, dass im Schnitt eben 0 Punkte erreicht werden und einem Raten dann nichts mehr bringt, dass ich durch Raten im Schnitt keine Punkte sammeln kann. Natürlich kann ich dann trotzdem durch zufällige Schwankungen auch mal positive Punkte bekommen, aber die Chance damit die Klausur zu bestehen ist sehr viel geringer, als das ohne die Minuspunkte der Fall ist. Was ist die Konsequenz bei unserem gut vorbereiteten Studierenden? Der hat natürlich einen Erwartungswert von 8 von 10 richtig gelösten Fragen und dann ist die erwartete Anzahl Punkte 4 mal 8, also 32 Punkte, die er als Pluspunkte bekommt und kriegt aber für die 2 im Schnitt falsch beantworteten Fragen jeweils einen Punkt abgezogen und kommt dann aber immer noch bei 30 Punkten heraus, ist also immer noch komfortabel, jenseits der 20 Punkte, die wir für eine 50-prozentige Bestehensgrenze anlegen würden, weil wir insgesamt eben 4 mal 10 Punkte holen können, 40 und die Hälfte davon wäre 20. Also das wäre auch eine mögliche Maßnahme, um sich in dieser Klausur vor ratenden Studierenden zu schützen oder dafür zu sorgen, dass die eine sehr geringe Bestehenswahrscheinlichkeit haben, indem man also negative Teilpunkte vergibt, um das Raten, dass die Raten im Schnitt nicht lohnt.